Hallo und herzlich willkommen beim Digital Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich freue mich sehr, dich heute begrüßen zu dürfen zu einer relativ spontanen und kurzen Folge. Denn ich nehme die Folge aus aktuellem Anlass auf, denn wenn ich aus dem Fenster schaue, dann haben wir wahrscheinlich knapp 30 Grad und bestes Wetter. Die Leute sind draußen, die Leute sind an den Seen, am Meer, sind einfach in den Parks und genießen das schöne Wetter. Und das ist natürlich auch etwas, worüber man sich per se freuen sollte, das tue ich auch, aber ich weiß auch, welche Gefahr dahinter lauert. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digital Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Denn der Sommer bietet auch immer wieder die Chance für Ausreden oder für Ausflüchte besser gesagt. Denn wenn du unglücklich bist in deiner aktuellen Situation oder wenn du nicht gerade im Urlaub bist und an deinem Arbeitsplatz sitzt und dich fragst, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich hier überhaupt noch? Dann ist der Sommer auf jeden Fall immer die beste Ausrede, doch weiterzumachen. Denn viele von uns nehmen ihren Urlaub im Sommer. Ja, das heißt, du hast zwei, drei Wochen Urlaub. Und in diesen zwei, drei Wochen Urlaub, da machst du all die Dinge, die du sonst im Jahr nicht machen kannst. Das heißt, du nimmst dir den Urlaub. Du verbringst viel Zeit draußen, vielleicht mit anderen Menschen, die du lange nicht gesehen hast. Und für so ein paar Wochen vergisst du dann auch den Schmerz, den du täglich bei der Arbeit hast, der vielleicht im Winter etwas härter ist, wenn die Tage kürzer werden, wenn es früher dunkel wird, wenn es kalt ist, wenn du im Dunkeln zur Arbeit fährst und im Dunkeln nach Hause kommst. Denn all das hast du im Sommer natürlich nicht. Im Sommer ist es einfach so, dass du rausgehst und die Menschen sind glücklicher. Du hast Vitamin D und allgemein ist das Stimmungslevel hoch. Und das ist ja auch etwas, was total schön ist. Aber jetzt sage ich dir eins, das Ganze wird auch wieder vorbei sein. Und vor allem wird es für dich wieder vorbei sein, wenn du nicht die Möglichkeit hast, dieses Summerfeeling das ganze Jahr über zu leben. Bei mir ist es so, bei Timo und bei mir ist es so, wir können raus, wann wir wollen, mit wem wir wollen, wie wir wollen. Das heißt, im Grunde genommen, dieses Sommergefühl, dieses Urlaubsgefühl, was du hast, das kannst du eigentlich das ganze Jahr über haben. Die Frage ist halt nur, ob du weiterhin bereit bist, dieses fiese Spiel mitzuspielen. Und das lautet, den Großteil des Tages oder den Großteil des Jahres an einem Arbeitsplatz mit Menschen zu verbringen, die dich vielleicht nicht verstehen, in einer Tätigkeit, die dich nicht mit Sinn erfüllt. Und wo du dich schon seit langem fragst, warum mache ich das eigentlich? Vielleicht bist du komfortabel geworden, weil du ja ein gutes Gehalt hast und dir deswegen Dinge leistest, dass die, ja, schön sind, die Spaß machen, vielleicht hast du eine schöne Wohnung, ein tolles Auto, vielleicht wohnst du in einem schönen Haus oder hast dir sonstige Luxusgegenstände angehäuft, vielleicht hast du auch Kredite aufgenommen. All diese Dinge wollen natürlich auch bezahlt werden und dafür müssen wir arbeiten gehen, ganz klar, das muss ich auch. Ich meine, das Geld kommt auch bei mir nicht aus der Wand. Aber die Frage ist, die Tätigkeit, die du jeden Tag oder der du jeden Tag nachgehst, erfüllt die dich wirklich? Erfüllt die dich mit Freude, mit Leidenschaft und mit Sinn oder ist das eigentlich nur dein Brotjob? Also der Beruf, den du ausübst, damit du das Geld auf dem Konto hast, um deinen aktuellen Lebensstil weiter zu finanzieren? Und das ist diese Abwärtsspirale, in der sich viele befinden. Und das ist die Abwärtsspirale, aus der du ja eigentlich raus willst. Wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du unglücklich. Wir haben sehr wenige Menschen, die den Podcast hören und sagen, hey, mir geht es wunderbar. Sind wir ganz ehrlich, der Digitale Nomaden Podcast wird meistens nicht von Digitalen Nomaden gehört. Warum ist das so? Weil die Leute, die Digitale Nomaden sind, die brauchen keinen Podcast, wo sie erfahren, wie sie freier und selbstbestimmt erleben. Denn sie tun das ja bereits. Das heißt, sie hören natürlich uns jetzt nicht zu, weil sie denken, ah, wie kann ich denn jetzt erfahren, wie ich so lebe, wie ich bereits lebe. Sondern uns hören Menschen, die sagen, ich bin in meinem Job, ich will da raus, ich habe vielleicht Ideen oder noch keine Idee. Ich möchte von überall aus arbeiten, ich möchte Freiheit, Selbstbestimmung, ich möchte meinem Chef endlich mal den Mittelfinger zeigen. Aber ich komme da nicht raus. Und jetzt, gerade zur Sommerzeit, da gehen bei vielen die Hörerzahlen natürlich runter, podcasttechnisch. Bei vielen laufen die Geschäfte nicht und so weiter. Und woran liegt das? Natürlich liegt es daran, dass die Menschen im Urlaub sind. Die Menschen sind draußen und das ist ja auch okay. Ich sage nicht, dass es nicht okay wäre, Urlaub zu haben. Es macht total Sinn, auch an andere Orte zu gehen und sich zu erholen. Nur die Frage ist, was passiert, wenn du wieder zurückkommst? Wie sieht dein Leben aus, wenn du wieder zurückkommst? Gehst du dann zu einer Arbeit, die dich mit Sinn erfüllt, die dir Spaß macht, zu Menschen, die du wirklich magst? Oder musst du wieder zurück in das alte Umfeld? Denn da herrscht weiterhin Winter. Egal wie schön das Wetter draußen ist, du wirst dir die Sonne durch dein Bürofenster angucken müssen. Du wirst dir die Sonne durch das Pkw-Fenster angucken müssen, in dem du tagtäglich hin und her pendelst oder vielleicht zu deinen Kunden fährst oder was auch immer du tust. Und ja, das ist recht provokativ und ja, das ist auch hart. Aber so ist es eben auch. Ich habe das Spiel jahrelang mitgespielt. Und ich weiß, dass ich im Sommer einfach mal darüber hinweg gesehen habe, dass mich mein Job eigentlich überhaupt nicht erfüllt, dass ich total unglücklich bin. Und ich will dir einfach nur mitgeben, lass dich nicht austricksen, lass dich nicht austricksen vom Sommer. Und nur weil du jetzt 20 Tage Erholungsurlaub hast, du wirst am Ende wieder an den Ort zurückkehren, den du eigentlich schon längst nicht mehr magst. Und ich möchte dich bitten, auch in diesen Zeiten und gerade in diesen Zeiten trotzdem darüber nachzudenken, wie du da rauskommst. Und nicht erst wieder zu warten, bis es kalt, dunkel, nass und grau wird. Und bis du morgens erstmal dein Auto freikratzen musst, bis du einsteigen, eine Viertelstunde, bis du einsteigen kannst, um wieder zu dem Ort zu fahren, wo Menschen auf dich warten, die du nicht magst, mit denen du Geld verdienst, um dir Sachen zu kaufen, um die Menschen zu beeindrucken, die du auch nicht magst. Ja, sondern überleg dir jetzt einfach schon, wie du da rauskommst. Und dafür sind wir da. Wir haben hunderte Folgen hier von Menschen, die das bereits geschafft haben. Wir liefern dir Ideen, Möglichkeiten, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Wir können dir die Hand reichen, aber wir können dich nicht über die Straße tragen. Und wenn du auch endlich raus willst und weißt, dass auch wenn der Sommer vorbei ist, dass du dann wieder zurück musst vielleicht in die Kälte, und zwar in die Eiseskälte des Hamsterrads, dann würde ich dir natürlich auch ans Herz legen, mit zum Beispiel zu uns, zu unserer Klassenfahrt zu kommen. Und das ist unsere Reise, eine Woche auf eine Insel mit Gleichgesinnten, die auch einfach was ändern wollen, die mehr wollen vom Leben, die dich verstehen, die dich nicht auslachen, weil du große Träume hast, sondern mit denen du dich connecten kannst, wo du echte Freunde findest, echte tiefe Gespräche, echte Positivität, gemeinsam mit Robin und Nadja, das sind die Leiter unserer Klassenfahrt, unsere Klassenlehrer, die mit dir gemeinsam einfach an deinen Ideen, an deinen Träumen, Wünschen, Visionen arbeiten, sodass du nicht zurück musst an diesen Ort, den du doch eigentlich schon seit langem nicht mehr besuchen willst, sondern wie du vielleicht dieses Konzept von Urlaub und Sommer das ganze Jahr überleben kannst, denn darum soll es doch am Ende auch gehen. Es kann ja nicht sein, dass nur ein Monat im Jahr der Monat ist, in dem du deine Träume lebst und die restlichen elf Monate sind die Monate, wo du für jemand anderen arbeitest, für die Träume von jemand anderen und wo du dich hinten anstellst. Deswegen bewirb dich jetzt gerne für die Klassenfahrt, die ist im September wieder und als Geschenk geben wir dir unseren Online-Kurs, und zwar der heißt Gleichgesinnte finden und da lernst du, wie du solche Menschen ja auch jetzt schon vielleicht findest, denn auch wenn du auf der Klassenfahrt bist und da Menschen dann natürlich nachher kennenlernst, dann kannst du jetzt ja vorher schon davon profitieren, dass wir dir diesen Online-Kurs schenken und da zeigen wir dir auch, wie du jetzt in deiner aktuellen Umgebung vielleicht Menschen findest, die dich verstehen. Und dieses Angebot, dass wir den Kurs, der sonst eigentlich 150 Euro kostet, dass wir dir schenken, nur weil du dich bewirbst, das ist natürlich begrenzt. Deswegen bewirb dich jetzt schnell unter digitalenomadenpodcast.de-klassenfahrt und der Link ist auch in den Shownotes und dann sprich einfach mit Robin ganz entspannt drüber, ob die Klassenfahrt für dich Sinn macht, denn egal, ob du jetzt Anfänger bist, fortgeschritten, ich kann dir sagen, die Klassenfahrt wird dein Leben verändern, aber du musst dich davon natürlich auch selbst überzeugen, du musst schauen, ob das für dich passt und auch wir schauen natürlich, ob das passt. Das hängt aber nicht damit zusammen, wie fortgeschritten du bist, sondern es hängt damit zusammen, ob du das richtige Mindset hast. Ob du zu den Menschen gehörst, die wirklich was verändern wollen, die wirklich bereit sind, etwas zu investieren, ja, nicht nur finanziell, sondern die auch bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, um dann das Leben in Freiheit zu leben oder ob du weiterhin das Spiel mitspielen möchtest, wo du sagst, naja, elf Monate Schmerz, ein Monat Freiheit und das nennt man dann Urlaub, wo du dann wieder zurückkehrst an einen Ort, wo du Dinge tust, die du eigentlich schon längst nicht mehr tun möchtest. Denk einfach drüber nach, ich würde mich freuen, wenn du dich bewirbst und jetzt sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge, dein Sascha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017